Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was stellt ihr euch vor? Ich glaube, es wurden Bacillen irgendwo freigelassen, armlose angeblich. Und es wurde halt, wenn ich das richtig gehört habe, getestet, ob die hier irgendwo bei den Personen in den gelben T-Shirts angekommen sind, aufgetaucht sind. Oh, die steht hier. 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 Ja. Wow. Ja. 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 Es wird so hochgedeigend, ich kann nicht wissen, wo es geht. Wenn ich nach der Konsulantin gehe, dann kommt es in meine Gesichter. Es geht in zwei andere Richtung. Sometimes es scheint zu gehen nach der Konsulant und dann andere es scheint zu gehen nach der Stadium. Oh, wir sind jetzt zu re-create ein germ-test, das war sehr popular in den USA, zu sehen, wie germen würde in einer urbanen Situation funktionieren, ob sie wäre eine viable Weapon oder nicht. Und in der Vergangenheit, diese Tests haben immer sehr schlecht gemacht. Und ich denke, wir werden wahrscheinlich re-create das bad result, mit der Wind- und Wetter-Condition. Hier ist unsere Band. Die Band ist hier zu geben uns ein guter Send-Off. Als der Guinea-Pig Corps moves along und riskiert seine Leben, zu machen diese re-creation ... Was sind die Guinea-Pigs? Die Guinea-Pigs? Well, wir können nicht reale Guinea-Pigs, denn die Tiere-Writs-Writs-Writs-Writs werden nicht so interessieren. Habt ihr Angst? Nein. Es ist ja nichts Gefährdliches, was so. Kontaminiert, ja, aber ich gehe davon aus, dass der Bacillus-Subtilus ein harmloser ist. Ja, wir sind jetzt über 30 Sekunden. Okay, alle in der Linie? Okay. Okay. Und die Kommission! Die Kommission zum Vordenkuss umısлучern. Unter die Seite, also im windshield Con Key des Bhaals? Right. Okay. Kann man garanzuk wichtiger Feedback? Auf uns geht's. Okay. All right. Wir alle bereit? Ja, wir sind bereit. All r casing. Send up the smoke, we're ready to march. We'll be right back. I was trying not to make eye contact, so I wasn't paying much attention to what the consulate guards were doing, but they were definitely out front, up to the barricades, watching what we were doing. They didn't say anything? No, they didn't say anything. They just gave us the hard stare. We got some hard looks out of those men. Yeah, we don't think we'll get good results, but that's usually the case whenever you try and do it. It's part of the point why they're never used because they're just so unreliable. There are so many variables that get in the way of success in terms of a successful experiment. That, I don't think we're going to do that well on. The performance, I liked and thought went very well. Beautifully choreographed. The experiment, that's probably not going to go so well. . Vielen Dank.